Moin Leute, willkommen bei ComicIn und willkommen zu meiner nächsten Funky Funko Pop Shopping Tour. Mittlerweile sind es auch schon einige. Diesmal habe ich sechs Figuren am Start, die sich allerdings seit Anfang Dezember nach und nach in meine Sammlung geschlichen haben. Den Anfang macht eine Figur von Marvel. Ja, wir befinden uns bei Marvel diesmal zu Anfang. Der Silver Surfer, für mich eine ganz besondere Figur, weil die ist einfach mal anders als sonst. Die Pose ist anders, der Stand ist anders, die Farbe ist auch mal ganz anders. Das ist ein super cooles Silber. Ich hoffe, man sieht es hier ein bisschen. Das ist, ja nicht reflektierend, aber das ist fast wie ein Spiegel. Das ist glänzend, aber gleichzeitig matt. Ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben soll. Sieht aus wie so ein Lack, der auf ihm drauf ist. Sieht richtig geil aus. Auch, dass er so einfarbig ist. Keine Schattierung, kein gar nichts. Das sieht echt richtig toll aus. Auch das Board sieht gut aus. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ja, hier sieht man es, wenn man mal so reinguckt. Gleiche Farbe, klar. Und deswegen mussten sie auch ihn etwas im Stand verändern. Denn wie hätte man das sonst aufbauen sollen mit dem Board hinter ihm klemmen? Irgendwie, das wäre nicht der Silver Surfer. Der muss schon draufstehen. Super cool. Das Silver Surfer ist auch so eins der größten Comic-Mysterien an sich, was so den Charakter der Figur betrifft. Das ist ja irgendwie auch einzigartig für mich. Genauso wie diese Figur. Auch die Farbgebung finde ich wieder super. Dieses Silber passt zu dem Violett. Franco schafft es komischerweise immer, dass die Farben stimmig sind. Das schaffen sie immer. Das reizt doch auch schon zum Kauf. Und auch hinten, wenn wir uns mal die weitere Galerie angucken, gibt es auch super coole Figuren. Wir haben halt den Surfer, die Nummer 19. Die 18 ist der Ghost Rider. Den habe ich leider auch noch nicht gesehen. Super coole Figur. Die würde mich auch noch reizen. Wen haben wir noch? Dr. Doom. Den Deadpool, den habe ich schon öfter gesehen. Aber nur am Elbenwald zu etwas meiner Meinung nach überhöhten Preisen. Also dem würde ich jetzt ungern für 16 irgendwas da mitnehmen, wenn ich weiß, dass er eigentlich 14 Euro und ein paar zerquetschte kostet. Beast finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt in meiner Sammlung. Hätte ich viele X-Men dann ja. Aber da ich nicht so der X-Men-Kenner und Freund bin, werde ich den wahrscheinlich nicht holen. Und dann haben wir doch Dark Phoenix, selbiges gilt für sie. Also Silver Surfer Nummer 1 der heutigen Vorstellungsrunde. Ziemlich cool. Als nächstes folgt eine Comicfigur aus einem Kinofilm, Captain Boomerang. Ich bin weiter dabei, den Suicide Squad aufzufüllen. Und der Kollege ist jetzt meine sechste, nein, meine siebte Figur aus dem Suicide Squad Film. Joker, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, Diablo, Katana und jetzt der gute Captain Boomerang. Also fehlt mir eigentlich nur noch Rick Flagg, den ich so auch noch nicht gesehen habe. Und Enchantress fehlt mir noch. Aber gut, ich habe gelesen, dass die ein bisschen teurer sein soll als die anderen. Weil eben irgendwie seltener oder Messe-Special, ich weiß es leider nicht mehr. Soll auf jeden Fall ein bisschen teurer sein und daher fällt die für mich wohl erstmal flach. Ich glaube, die Galerie habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich stand letztens auch vor dieser Harley hier im Insassenkostüm bei GameStop und dachte mir, nimmst du die jetzt auch noch mit? Du hast fünf Harleys, würde sich schon schick machen in so einer kleinen Harley-Sammlung. War mir dann aber zu unspektakulär und ist auch nicht das Kostüm, was sie geprägt hat in dem Film. Daher habe ich es dann gelassen. Captain Boomerang und Silver Surfer sind wieder beide von der Website Zavi oder Zavi. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Auch in einem Angebot pro Figur hat man sieben Euro gezahlt, wenn ich mich richtig erinnere. Die habe ich halt schon echt Mitte, Anfang November bestellt. Das dauert immer ewig, bis die kommen, weil die irgendwie aus Kanada oder so importiert werden. Ich weiß es nicht. Die Pakete sind immer ewig unterwegs. Man denkt sich dann schon, soll ich da jetzt hinschreiben, soll ich es nicht tun? Diesmal habe ich es nicht getan und das Paket kam tatsächlich noch an. Alles in Ordnung, Figuren in super Zustand. Captain Boomerang. Kommen wir nun zu meinem Weihnachtsurlaub, der jetzt auch schon ein bisschen her ist. Da habe ich zwei Figuren gekauft, die auch etwas teurer waren als die anderen. Für 19,99 Euro haben wir den The Dark Knight Returns Joker. Den finde ich richtig klasse. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt 5 Euro mehr kostet als andere Figuren. Farbgebung ist wieder super stimmig mit diesem hauptsächlichen Weiß. Der Anzug komplett in Weiß finde ich auch richtig geil. Die Hautfarbe ist genauso wie der Anzug, finde ich sehr, sehr cool. Dazu diese leichten lila Elemente, die ihn natürlich auch ausmachen. Und die grünen Haare, die dann den extremen Kontrast bilden, weil sie auch so knallig sind. Finde ich schon richtig cool, den Joker. Das Bild mag ich auch sehr, besonders den Dark Knight Returns Hintergrund. Richtig cool. Also da haben sie sich wieder Mühe gegeben, will ich mal so ausdrücken. Es sieht schon sehr, sehr cool aus. Wen gibt es noch? Ich glaube, hatten wir das Bild schon mal? Ne, hatten wir nicht. Ich habe ja noch keine andere Dark Knight Returns Figur. Der Superman würde mich jetzt nicht so interessieren. Die Carrie Kelly, Robin auch nicht. Wen haben wir noch? Den gealterten Batman, den Armored Batman. Ne, auch nicht. Und den normalen Armored Batman mit Maske. Das brauche ich auch nicht, danke. Aber der blaue, der normale Batman, der sieht ganz cool aus. Allein von der Farbgebung her finde ich den doch wirklich interessant. Also vielleicht wird der auch noch irgendwann mal demnächst dazu kommen. Woran ich auch direkt denken musste, als ich diese Figur gesehen habe, war das Variant von Batman, der letzte Kreuzzug. Und die beiden den Einklang zu bringen, das konnte ich, ja, konnte ich nicht auslassen. Das musste ich einfach tun für meine Sammlung. Super cool, der Joker Dark Knight Returns. Zweite Figur aus dem Weihnachtsurlaub, ebenfalls von GameStop, genau wie der Joker eben. Wieder 19,99 Euro. Ja, ist teuer. Zugegeben, ist teuer. Aber den fand ich einfach witzig. Und deswegen habe ich ihn mitgenommen. Man könnte denken, hey, Nummer 1, normaler Batman, den hast du doch schon. Nee, das ist der hier. Richtig, richtig cool. Ich mag die Farbgebung. Und der Batman hat auch einen besonderen Namen, auf den ich gerade so nicht komme. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Regenbogen-Batman. Für mich, so ganz naiv. Ich weiß auch nicht, wo er vorkommt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es muss ihn irgendwo geben. Der Dude bei GameStop hatte einen besonderen Namen für den. Vielleicht hat er mich auch angeflungert, was den Namen betrifft. Kann auch sein. Mir ging es hauptsächlich darum, dass das mal ein komplett anderer Batman ist. Er ist ja das komplette Gegenteil vom üblichen Batman. Düster, finster, auch in der Seele. Und der hier ist einfach knallbunt, Regenbogen. Positive Gefühle verbindet man mit dem, wenn man drauf guckt. Einfach mal was ganz anderes. Das ist kein stinknormaler Batman. Der ist übrigens Limited Edition von der New York Comic Con. Die Dinger sind ja auch mittlerweile in allen GameStops zu haben. Ich weiß gar nicht, wie die da so rankommen. Keine Ahnung. Ob das so ganz richtig ist mit dieser Limitierung und New York Comic Con Special. Das sei mal dahingestellt, wenn normale deutsche GameStops da so easy rankommen. Aber naja. Daneben stand auch noch eigentlich eine deutlich interessantere Figur. Und zwar die White Lantern Batman. Die hätte ich um jeden Preis gekauft, glaube ich. Leider war der Karton so zermatscht, dass ich den dann nicht gern zu meinen anderen Funkos hingestellt hätte. Und deswegen habe ich den dann liegen lassen. Aber der hier ist mitgekommen. Der ist auch richtig schön erhalten. Super geil. Können wir auch mal hinten drauf gucken. Hier ist so die ganze Galerie der ersten DC-Figuren drauf. Was könnte mich da noch interessieren? Sinestro ist super cool. Green Lantern. Klar, Penguin finde ich auch richtig klasse. Mal gucken. Kriegen wir es noch ein bisschen näher hin. Wie gesagt, der Penguin ist richtig cool. Der Riddler ist cool. Den Joker mag ich nicht, muss ich sagen. Flash habe ich schon. Der Manhunter ist cool. Aquaman ist cool. Green Arrow ist cool. Ja, das wären sie so im Groben. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Das sind so Figuren, die würde ich nur mitnehmen, wenn ich sie jetzt wirklich mal zufällig im Laden sehe. Und das ist nicht so oft der Fall, dass da so ganz normale DC-Figuren rumstehen. Meist ist es halt nur Batman oder das, was gerade frisch rausgekommen ist, so ein Film. Nochmal zurückversetzt. In dem Dezember habe ich eine Nicht-Comic-Figur, eine Funko-Pop-Figur gekauft. Die ich auch schon länger im Auge hatte. Die ich mal für sage und schreibe 40 Euro bei Elbenwald gesehen habe. Und mir dachte, ist das jetzt euer Ernst? Ist das Absicht oder seid ihr einfach nur dumm? Weil Elbenwald hat ja öfter mal erhöhte Preise bei dem Funko-Pops. Aber 40 Euro fand ich dann schon extrem krass. Dann habe ich die Figur zufällig bei GameStop gesehen. Richtig. Also der GameStop in Braunschweig, der hat in letzter Zeit schon einen guten Job gemacht, was Funko-Pops betrifft. Und hat auch ordentlich aufgestockt. Wir haben für den Preis von 1999 mal wieder das Krümelmonster. Einfach mal was ganz anderes. Ich hatte ja auch schon den Bibu, also den Big Bird in der großen Box, die große Figur gekauft. Der war auch floggt. Und das Krümelmonster habe ich seitdem eigentlich nur in unbefloggt gesehen. Und ich wollte unbedingt diese beflockte Variante wieder von der New York Comic Con besitzen. Jetzt habe ich sie und ich finde sie auch ultra cool. Ihr seht es vielleicht nicht so gut, dass er beflockt ist, aber ich finde die Figur einfach Wahnsinn. Die Farbgübung ist auch richtig schön. Dieses Blau ist richtig lebendig, knallig. Der Mund, okay, der ist schwarz. Klar, das Krümelmonster hat die Augen. Die sehen richtig super aus auf der Figur. Ist auch mal was anderes als bei den anderen Funkos. Sonst kennt man ja diese Kreise, die einfach aufs Gesicht gebatscht sind. Und hier sind es wirklich diese Kugelaugen von den Sesamstraßenfiguren. Das finde ich schon richtig klasse. Die Cookies sehen super aus. Die sind natürlich nicht floggt, aber auch richtig, richtig toll. Schön verarbeitet. Zu Hause ist mir dann aufgefallen. Die Figur wurde da schon mal rausgeholt. Ah, aber nun gut. Ist natürlich auch schwer in dem Laden zu erkennen, wenn man die Figur hat. Sieht von außen alles super aus. Richtig Hype, der Junge hier. Und dann guckt man zu Hause in diesen Schlitz und sieht dann, sieht man das von hier, dass er so ein bisschen eingedellt ist, eingeknickt und denkt sich, ihr Schlingel, warum habt ihr den rausgeholt? Nun gut, ich habe mir sowieso überlegt, wenn ich jetzt wirklich mal Platzprobleme bekommen sollte hier, dann hole ich tatsächlich ein paar Figuren raus, so wie es mir auch tut. Aber das ist noch lange hin. Bis es dazu kommt, muss schon noch einiges passieren an Platzproblemen. Passend zum Krümelmonster habe ich dann jetzt, das ist die neueste Figur, Anfang Januar noch bei Saturn eine Figur entdeckt, auch wieder floggt, den guten alten Elmo. Ich weiß nicht warum, aber diese Sesamstraßfiguren, die finde ich wirklich cool, wenn die so floggt sind. Das ist halt auch Kindheit, ne? Leider Gottes hat auch der hier eine kleine Beule, die ich nicht beim Einkaufen gesehen habe. Das ist auch so Beleuchtung in Einkaufs- und Comicläden, ne? Da kann man sich nie sicher sein, wenn man die Figur zu Hause auspackt, dass sie dann auch so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat beim Kauf. Aber ich bin ganz froh, als ich die nach Hause geschleppt habe, da hat sie so hart geschüttet. Und ich mit dieser Tüte im Arm, hauptsache kein Regen rein da. Der Karton hat es Gott sei Dank überlebt. Da bin ich ganz glücklich, dass halt nur diese kleine Delle drin ist. Hier finde ich extrem schön auch wieder die Farbe, die diesmal nicht so knallig ist, sondern durch den Flock halt so ein bisschen dunkler. Es ist fast so ein Weinrot, so ein Bordeaux. Dazu die knallige Nase, die auch richtig schön ist. Das hat man ja auch nicht bei Funko Pops. Also da sind die Sesamstraßenfiguren nochmal was ganz Besonderes. Dass da dieser, sieht fast aus wie so eine Halbkugel draufgesetzt ist. Dazu die Augen, das ist schon ganz schön. Die Figur ist ein bisschen kleiner als zum Beispiel Krümelmonster. Aber dieser Flock ist echt richtig, richtig schön. Wir können auch nochmal hinten drauf gucken, was es da noch so von gibt. Da sieht man den Big Bird, den ich schon mal vorgestellt habe. Saugeil. Den Graf Dracula, den Graf Dracula, was erzähle ich da? Den Graf Zahl, Graf Zahl hieß er. Den habe ich mal bei Comic Culture gesehen, habe da aber nicht zugeschlagen. Ich glaube auch, da war der Karton ein bisschen beschädigt und deswegen habe ich es gelassen. Den würde ich auch auf jeden Fall gerne wollen. Und hier den großen, Mr. Snuff Liu Pegas. Ich habe den Namen jetzt bei der Aufnahme, glaube ich, drei, vier Mal versucht auszusprechen. Jetzt hat es geklappt, Gott sei Dank. Den finde ich auch richtig cool. Ich hatte letztens auch geguckt, wie er in Deutsch heißt. Das war auch ganz witzig. Also wenn ich den noch bekommen kann. Und Oscar aus der Mülltonne ist natürlich auch richtig cool. Na ja, abwarten. Den Grobi habe ich schon öfter gesehen im Internet. Die anderen jetzt nicht so oft. Aber ich habe auch nicht so explizit danach gesucht. Das war meine nächste Funky, Funko, Pop Shopping Tour. Ich hoffe, euch haben die Figuren gefallen. Was haltet ihr von den Figuren? Welche findet ihr am coolsten davon? Welche würdet ihr eventuell auch kaufen? Und was sagt ihr zu dem Regenbogen-Batman? Und weiß einer, wie der richtig heißt und woher der stand? Das wäre nochmal eine richtig gute Frage zum Abschluss, die ihr mir beantworten könnt. Das war es von mir, euer Comic-In. Bis zum nächsten Mal.